Die NATO-Verbündeten werden heute auf ihrem Gipfel eine militärische Unterstützung von mindestens 40 Milliarden Euro für die Ukraine im kommenden Jahr ankündigen, so das Weiße Haus. Ein hochrangiger ziviler Vertreter der NATO wird als Teil der Brücke zur Mitgliedschaft in Kiew eingesetzt, berichtet Baspois. Norwegen hat angekündigt, 6F-16 Kampfjets an die Ukraine zu spenden, berichtete die Tageszeitung Verdensgang unter Berufung auf den norwegischen Premierminister auf dem Gipfel. Die Führer der 32 NATO-Mitgliedsländer haben sich in Washington versammelt, um das 75-jährige Bestehen des Bündnisses zu feiern, wobei die Unterstützung für die Ukraine ganz oben auf der Agenda steht. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wurde eingeladen, um an dem Treffen teilzunehmen und über die weitere Unterstützung zu diskutieren.